Für diese Burpee-Variation benötigst du zwei Kurzhanteln. Du gehst in einen Burpee, ohne in die Liegestütz tief zu gehen und du stützt währenddessen auf den Kurzhanteln. Beim nach oben kommen gehst du in einer Kniebeuge nach oben und curlst am obersten Punkt die Arme in einem Hammercurl. Achte darauf, dass du sowohl beim Tiefgehen als auch beim Aufstehen einen geraden und stabilen Rücken behältst. Untertitelung des ZDF, 2020